Für dieses Fahrzeug gibt es einen schönen Scotty-Grill. Der passt in den Gaskasten rein, ist leicht zu verstauen, den kann man zusammenstecken. Dabei handelt es sich um einen Gasgrill. Den können wir an der Gasflasche betreiben, das heißt wir können den mitnehmen mitsamt der Flasche, können den dann irgendwo anders betreiben oder beim Zusammensetzen des Grills nehmen wir die beiden Seitenteile und setzen sie in die erste Front rein, die mit dem eckigen Ausschnitt. Das lassen wir ein bisschen breiter stehen, dass wir nachher noch einfädeln können. Jetzt setzen wir die Wanne ein, die wird hier unten eingeführt und dann können wir sie seitlich in die Führung setzen, dann nach hinten schieben. Jetzt setzen wir das Gasrohr ein, dann das Abschirmblech und das Frontteil wird jetzt als Gasrohr eingefädelt, auf das Abschirmblech drauf, heruntergedrückt, dann noch das Grillrost drauf und jetzt haben wir unseren Scotty-Grill aufgebaut. Den können wir jetzt mit einer Gasflasche verbinden. Hierfür gibt es Schläuche und Adapter.